Ah! Willkommen zurück zu Resident Evil! Frisst das, du Sau! Kann ich nicht, ich bin auch von Feinden umringt. Außer wenn ich Alpha bin, dann ist das ja klar. Ich weiß aber nicht, ob ich Alpha bin. Alles klar. Oh oh, du bleibst mal schön da hinten, du Krüppelarm. Und wieso ist meine Sniper eigentlich immer leer? Stirb! Na Crap. Ah, was Olli, was kommt da alles? Habe ich gut gemacht? Au. Boah, wie viel Leben ziehen die ab, sag mal. Ich hatte drei Balken voll, Au. Wollt ihr grad helfen? Ja, hat man gemerkt, deshalb lag ich auch tot am Boden. Ne ganz tolle Hilfe bist du. What the fuck? Bisschen liebevoller. Dein dich liebender Partner ist gerade gestorben. Ja, fick dich. Okay. Hey, wir dürfen hier wieder anfangen. Erreicht. Nö, diesmal gehst du vor. Nochmal brech ich nicht ein. Jo, macht er. Tschüss. Was? Eine Wasserfaust? Bravo und HQ, wir haben hier ernste Probleme. Ich glaube, wir schaffen es nicht rechtzeitig zu Alpha. Ja HQ, verstanden. Zwei mit einer Kugel, so muss das sein. Ich töte alles, was ich bewegt. Zucker was, was ich verstecken will. Das wüsste Krüppelarm. Mach dich. Ach so, das bist du. Gott sei Dank hatte ich keine Munition mehr, Olli. Sonst hättest du jetzt eine Kugel im Nacken. Na, macht nix. Uh, Kisten. Fast übersehen hier. Die Kisten könnten die mal ein bisschen besser kennzeichnen. So alle in rosa. Wenn man die auch gleich mal sieht. Meins? Hallo. Tschüss. Wenn du mich suchst, ich bin da oben. Ich hab' mir gedacht, dass du das fast wieder anschließend. Niemals. Würde ich doch nie machen, sowas. Zack. Geh weg. Entschuldigung. Chris und HQ, wir haben Pikas erreicht. Uh, die Kisten, die hatte ich fast schon vergessen. Hier gibt's jede Menge Munition. Ey, nicht mit so hoher Gewalt. Das musst du mit Gefühl zertreten. Das nennt man Pause. Boah, wenn da jetzt irgendwie ein Feind kommt, der kriegt so oft den Ellbogen in den Nacken. Du, der kriegt gar nicht mit, wie wir dem das Knick brechen. Es geht wieder los. Wir wurden entdeckt. Wir sind genau über uns. Verdammter Kruppstahl. Klappe. Alpha Team ist von Feinden umringt. Machen Sie, dass sie zum Krieg abkommen. Wir sind Alpha. Uh, uh. Ach, du bist ein Feindmensch. Musst du doch mal einen Ton sagen. Au. Schon wieder so ein Krüppelarm. Bravo. Wir kommen so schnell wir können. Wir kommen so schnell wir können. Wir Alpha Team. Verstanden. Wir tun was wir können, bis sie kommen. Jetzt bin ich schon. Ach, ein Schmetterling. Sieh mal einer an, was hier so los ist. Ah, Hilfe. Der Krüppel kommt hoch. Geh runter. Ich messe den Schmetter nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab ihn erstochen. Ach, du hast ein Messer. Diesmal hab ich keins. Ist okay. Nein, 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 nein. Au. Ich komme bitte. Uh. Zack. So mag ich das. Mit roher Gewalt reingehauen. Hab ihn runtergeschossen. Hast du gut gemacht. Ah. Runter. Runter. Alter, da kommt schon der nächste. Wie viele von denen kommen noch? Ah. Aua. Wie viele dieser Arschlöcher müssen wir erledigen? So zum Teufel bleibt die Verstärkung. Anteil. Du, ich will ja nichts sagen, aber ich hab langsam Munitionsmanne. Ich hab noch genau sieben Schuss. Ah, was ist das? Geh runter von mir. Ich hab das, äh, Armflieger mit seinem eigenen Arm getötet. Au. Was war das? Ja, warte. Alles klar? Bravo Team! Werfen Sie sichern! Lafla und Jabo entkommen! Der Peter hilft mir! Wo bist du? Unten. Spring runter! Dann beenden wir das! Ich... Ah! Die blockieren mich! Es ist gleich zu sch- Nein. Ach, hast du jemanden getötet oder was? Keine Ahnung, ich hab mal ins Wies geschossen. Wenn du jemanden getötet hast, regenerierst du dich soweit ich weiß selber. Gut, da war eben irgendwo ein Schmetterling, glaub ich. Der ist hier am Boden. Ach, okay. Dann hol ich mir hier noch ein bisschen Erfahrung ab. Und ich kombiniere gerade mal. Kombiniere, kombiniere. Vorwand in Shadow. Die Frage ist jetzt, bist du zu mir die Kampter oder was? Äh, wo ist denn der? Der ist hier. Ich hab keine Munition mehr. Fuck, ich bin verloren. Ich kann nur noch nahe kommen. Und hier kommt ein Krüppelarm. Sogar ein doppelter Krüppelarm. Und ein Schmetterling. Für was war das? Ah, sehr gut. Munition, Munition. Ne, ich glaub wir müssen nicht dahin. Alpha Team, helft Bravo Team, die Zivilisten da wegzuschaffen. Nehmt ne Bombe, das geht am schnellsten. Captain. Captain. Hey. Kann losgehen. Du warst übrigens, gell? Yeah, yellow. Äh. Verschleimtes Zeug. Zum Glück klebt das Zeug an deiner Spielfigur, nicht an meiner. Uh, es geht weiter. ANT HERN Alpha, Ihre Mission liegt vor. Wir haben Kopfschmerzen. Hallo. Oh Gott, es geht ja direkt los hier Mensch. Sag mal, ableh cazza. Mrate jeden. Au, au, au. Oh, schon wieder nachladen. Hallo Peter. Guten Tag, Muni, Muni. Liegt hier noch Zeug rum? Ah, ja, da. Äh, wie soll ich? Ich will die nehmen. Sicher! Naja, sicher würde ich jetzt nicht sagen. Hier liegt Gemüse rum. Gemüse ist gefährlich. Hast du schon mal so eine Zombie-Tomate gesehen, die auf dich zukommt? Das ist nichts Schönes. Killer-Tomaten. Bio-Gemüse oder was? Ja, ja. Ganz schlimme Sache, das ist ganz schlimme Sache. Wieso kann ich hier nicht in die Küche? Hast du Hunger? Nö, aber man kann ja mal ein bisschen was mitnehmen, ne? Spart man sich den Einkauf? Oh, hier ist sie. Wie kommt man denn runter? Indem man durch die Tür geht? Welche Tür? Die, die ich gerade geöffnet habe. Wie bist denn du da runtergekommen? Durch die Tür. Ah. Ah. Ich wollte das da hauen. Oh, guck mal, ich kann noch eine Etage runtergehen. Und hier ist jetzt hier, die kann ich öffnen. Ach, du bist doch nur zu feige. Gib's zu. Uns die Arbeit machen? Ah, Hilfe, da ist schon einer. Der war eigentlich ganz friedlich, aber ich dachte mir, den töd ich mal lieber. Und hier ist eine Hand. Ey, cool, komm mal ganz runter. Ich bin erst in der zweiten, ich geh noch nicht nach ganz unten, da müssen wir, glaube ich, eh gleich hin. Ich glaube, wir müssen Etage für Etage machen. Ne, ich hab die Erfahrung gefunden, in 2000. Wieso liegt da unten 2000 Erfahrung rum? Keine Ahnung. Du elender Vorspieler. Äh, uh. Also du bist das nicht ganz unten, das ist Stockwerk 6, du. Jetzt bin ich nach ganz unten gelaufen. Kuckuck. Kuckuck. Wie vorne. Meins. Da. 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 Jetzt mach das Menü zu. Da, 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 da. Wo? Da, da, da. Alter, Oli, ich hab 2000 Erfahrung. Alter, was ist denn das hier? Die lag hier einfach so in so einer offenen Truhe rum. Mein Gott. uhr was liegt hier nochDEN munition du bist ja nur neidisch, weil ich alt ägyptisch kann dümde, aah what the fuck ist das geil ich will noch eine runde boh alter mir ist verschwindlich gerade Und das meinte ich jetzt echt. Pass auf, scheiße, das ist ne echte. Munition. Hör auf, mir hinterher zu rennen und lass mich hier durch, du blödes Ding. Bravo. Ich mach die Kisten auf. Ah, Spinnen. What the fuck? What the fuck? Alter, ist das ekelhaft. Kannst du dich... Ah, ah, ah. Oli, mach's weg. Oli. Alter, ist das ekelhaft. Wieso muss man sowas immer wieder in Spiele einbauen? Ernsthaft? Ist das ekelig. Ah. 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 So macht man das. Egal. Ja, du bist mir auch egal. Zack. Eliminieren Sie anwesende Feinde und holen Sie die Leute raus. Geht klar. Ich bin kein Feind. Aber du bist anwesend. Also hast du die Hälfte von den Voraussetzungen erfüllt. Was hab ich genommen? Hier, hier, schreit was. Komm, hier schreit ne Frau. Hier ist. Hier, Alpha. Verstanden. Wir gehen ran. Alter. Alter. Au. Ich glaub, wir können die Blenden mit meiner Blendengranate, die ich hier in der Pfote hab. Ah, ii. Fass mich nicht an. Das ist ekelhaft. Wie das aussieht. Ich hab's geholt. Auf der siebten Etage sicher. Haben wir gut gemacht. Alter, hier kommen so viele von diesen Spinnbiestern. Delta 2 auf der HQ. Alle Geister im obersten Stoff sind sicher. Dann haben wir in das Gebäude. Bäh. Dinge, die die Welt nicht braucht. Oh, hier liegt was. Erfahrung. Das sieht so ewig aus, wie die vorbeirennen. Hallo, Oli. Ah, ii. Ich bin. Hab's erledigt. Moment. Hab's getroffen. Au. Hab's getroffen. Einfach an HQ. Geiseln auf der achten Etage sicher. Verstanden. Au. Das ist noch gut. Klappe. Okay, wir können... Ah, ne, doch nicht. Hier liegt noch was. Vorwärts. Vorwärts. Gut. Sehr gut. Du siehst, ich mag deine Gewalt. So, ich würde sagen, wenn wir hier gerade so auf der achten Etage so schön stehen, da können wir uns genauso gut verabschieden, ne? Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay.